5 Tage später Oh Gott So eine Brücke würde ich ja nie überqueren, ne? Bei einer Zombie-Apokalypse Es ist ja, ne, vor allem nicht, wenn die so kaputt aussieht, irgendwie Oh Oh Es ist ziemlich klein Okay, haben wir ja wirklich nur noch, okay, oder? Hier oben noch was? Ne Wo in der Last Club Wo in der Last Club Ja 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 Hey, ich würde sagen, dass Nick mehr kommt. Hey. Das läuft nicht. Was ist das wichtigste, was in diesem Weltkrieg ist? Was will jeder? Selbst die Gange. Was denkst du, dass sie alle nachher? Essen. Nein. Was ist das einzige, was ein Mann würde, die hunderten Kilometer zurückkennen würde? Sicherheit? Ganz nah. Echt Familie? Clem, es ist Familie. Es ist eine schwierige Welt, ohne Menschen, die du glaubst. Was? Also, du kannst du Rebecca fragen, okay? Ich werde nicht in der Mitte. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir haben Dinge, die wir uns verabschieden haben. Das ist nicht mein Platz, um zu sprechen, über jemanden von jemandem zu verabschieden. Du wißt du? Ich will nicht sie verabschieden. Ich auch nicht. Ich kann sie verabschieden. 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 Hey, Kind. Schau. Es ist nicht, wie ich nicht weiß, dass du Gutsch hast. Aber bist du verrückt? Vielleicht bin ich. Ich kann sie verabschieden. Ich kann sie verabschieden. Okay? Ich will den großen. Die sehen aber sexy aus. Kacke. Ich will den großen. Ich will den großen. Ich will den großen. Ich habe das vorhin gemacht. Erinnerst du? In einem Schaden? In einem Schaden? Ah. So ganz stumpf. Au. Over-the-Bridge-Achievement. Hui. Und ja, die beiden sahen super sexy aus. Fand ich ja auch. Vor allem der, der, der kleinere davon. Der ohne Beine. Mmm. Zucker. Richtig salig. Richtig salig. Wieso kann ich nicht aus dem Bein... Ah, okay. Oh fuck Not even close, Clem Ach, shit Go, 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 go Alter, Clem ist halt einfach Eins sportliches Girl, ey Äh, Stange Ist näher dran Huh Nee, der Größe, der Große mit den wundervollen Augen Nee, der war nicht so mein Typ, muss ich ja sagen Ich muss dazugeben Der unten bei dem, bei Luke gerade eben Der war mir doch ein bisschen zu dick noch, ne Man hat noch, also man hat nur die eine Seite seiner Ritten gesehen Die anderen waren noch mit Fett umzogen, das ist viel zu dick Ha, 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 ha You see him? Yeah Just play it cool And you do the talking What? Why me? I don't want to get in a fight You really think he'd shoot a little girl? Just don't make any sudden moves And don't piss him off And don't tell him anything You know, on second thought, maybe I should do the talking I'd shoot me Oh, that's a hell of a thing to say I'm just saying Well, if it comes to that, I'll shoot him first Ok Who are you? Well, who's asking? I am I'm Clementine And this is Luke Clementine and Luke Hey Huh You don't look like assholes Are you assholes? No offense or anything But you know how it is out here You run into a lot of assholes I'm not an asshole What, you calling me an asshole? You folks headed north, like everyone else? Everyone else? I see at least one group a day move through here They all look the same It's like a great migration of the dazed and confused Have you seen someone named Krista? Krista? Maybe Really? Nah, I mean, a lot of people come through here I don't know I gotta say You two look like shit If you need food, I've got some canned stuff in that station back there Well, that's, uh, awful nice of you What's the catch? No catch I've got plenty Well, alright then Thank you Hey, no problem Nice running into friendly faces out here Like I said, I've got food and supplies back in the station And if you want What the fuck, man? What the hell is he doing? Nein No, 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 no He's with us Nick! No! Put it down! Nick! No! Okay, ich bin doch nicht mehr dafür, dass Nick kommt Mitkommt Nicht kommt Mitkommt Mitkommt Was? Mitkommt Fuck Ha Natürlich sind die assholes Ja Eigentlich schon Ich weiß nicht, warum er noch gefragt hat It's a trap Nein Nein I'm telling you, man He drew first That's not what it looked like to me Everybody calm down What did you see, Clem? Was that guy gonna shoot? Fuck you, Luke You've been on my case the whole week And why do you think that is, Nick? He wasn't gonna do anything I know what I saw Either way, you could have hit one of us Yeah, but I didn't Look, I-I know Pete was close to you, Nick But you can't... Don't fucking talk about him You think he was with Carver? I don't know I... No, I don't think so But he fell over He fell off the damn bridge We have to keep moving I can't I need a minute Fine Look, can I talk to you alone? Ich muss schon zugeben, war ein neister Shot von ihm, ne? Hey, Clem You got anything to eat? Bex die dying here Alvin, I told you, I'm fine Sorry, I'm out Wish we still had those juice boxes Yeah, me too Oh, that man said he had food in the station Mind checking it out? Maybe we could spend the night here A little small for us though You could use a little downsizing Sure Thanks, Clem Bin jetzt erstmal wieder weg Der Streamlack bei mir Hängt bestimmt schon 5 Minuten her Oder so Hmm, okay, Björne Ich weiß nicht, woran das liegen könnte Also, ich hab den Streamlack selber nebenbei laufen Läuft eigentlich, also bei mir läuft's auf jeden Fall Schätzungsweise liegt's dann an deiner Internetverbindung oder so Würde ich mal sagen Rebecca, are you okay? I'm alright I just need a little rest And some food Alvin And some food Hey, Clem, you check out that station yet? Not yet Okay, mit Sarah kann ich nicht reden Seht noch irgendwas Wir müssen Nick unbedingt wieder aufbauen Armer, armer Nick Thanks a lot for backing me up there I'm sure they're talking about me right now Look, he's becoming a danger to the group So who was that guy? I swear It looked like he was holding you guys up I figured he was with Carver He seemed nice Damn If Alvin is in front of me, he takes that shot What a fucking mess Maybe I am losing it I don't know anymore Können wir da aufbauen? What time is it anyway? Damn Damn What's wrong? I left my watch back at the cabin It was Pete's He gave it to me That's all I had left of him You know what? I'm gonna go talk to them Oh That's so a good idea I don't know I don't know I don't know I don't know But naja, okay I don't know I don't know I don't know I don't know Untertitelung des ZDF, 2020